Musik Hallo Leute, das hier sind Aufnahmen vom USK und Oldtimer Treffen am Ostersonntag. Auf dem Flugplatz Egelsberg in Krefeld. Leider spielte das Wetter nicht mit. Es war ein grauer, kalter Tag mit viel Wind und auch ein paar Regen. Musik Dementsprechend schleppend fing das Treffen an. Gegen Mittag kamen dann doch noch einige Fahrzeuge. Aber es blieb relativ bescheiden. Und wir hatten noch Glück. Einen Tag später kam noch mal ein kleiner Wintereinbruch. Und in einigen Teilen von NRW fiel nochmals Schnee. Musik Für den Veranstalter und die angereisten Gäste ist es natürlich schade, wenn ein Treffen so wenig Teilnehmer hat. Aber das kennen wir ja. Die Treffen sind nun mal wetterabhängig. Musik 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 So, das war es dann für heute vom Egelsberg. Ich hoffe, dass uns der Wettergott beim nächsten Mal etwas mehr Wärme und Sonne schickt. Ich sage mal Tschüss, bis demnächst. Euer Horst. Musik 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 Musik